Huhu, wieder beim Quali. Da sind wir wieder bei Baldur's Gate 3 und auf der Jagd nach den, nach dem letzten Anführer der Goblins. Ah, aber er ist, er ist nicht gesehen worden. Wird ich das gar nicht richtig? So. Ah, ist nur so ein Zwischenraum hier. Hallo? Der räumt hier echt auf, ne? So. Er ist noch da? Warum nicht immer so, Will? Warum nicht immer so? Got to move. Die gehen zu Astarion. So. Easy peasy lemon squeezy. Da unten sind noch Spinnys drin. Ist das richtig? Spinnys? Hallo? Da ist ne Spinne. Ja, einspinnen kannst du mich ja, aber ich glaub hier hoch kommst du nicht. Fokuss. 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 Hm? Let's turn someone inside out. Muss im Vorteil sein. Finde ich nicht im Vorteil. Und hier oben. Das ist ja immerhin Erfahrungspunkte hier, ne? Da oben ist noch ein Goblin. Hab ich das gerade richtig gesehen? Und hier oben auf. Was ist so dran, wenn sich einfach ausgarten? Und hier oben besitzen. Hier oben ist gut. So, es gab ja nun auf jeden Fall auch Erfahrungspunkte. Die brauchen wir ja auch ein bisschen. Hallo, ich wollte mal Hallo sagen und so ein bisschen so, der sieht schon ziemlich gefährlich aus hier. Immun gegen Feuerschaden, ist der auch immun gegen Feuerschaden? Nein, ist er nicht. Ist er nicht, ist er nicht. Wifferngift. So. Hallo, ich bin der Will, ich kann eigentlich nicht viel. Eigentlich kann ich fast gar nichts, aber ich kann es immer mal wieder versuchen. Fehlschlag, das ist das, was ich kann. Fehlschlagen. Da bin ich gut drin. So geht das. Auch. 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 Huck. So, ähm. Ja. Ähm. Hallo? Ja, schön. Ich wollte mich nur vorstellen. So. Dann. Ach, jetzt den. Kargan. Ah, ein Mensch. Ah. Mhm, mhm, mhm. Ein Gift gestorben. Sehr gut. So, Astarion. Ähm. Darf nicht bedroht sein. Ähm. Der kann fast nichts gut, ne? Kann man den wegschubsen? Ähm. Kann man. Gehen wir hier hoch. Wahrscheinlich ist das nicht schon zu hoch. Ungültiges Ziel. Okay, wer ist schon mal hin? Hier. Und wir lassen Shadowheart hier einfachen, äh, hier so, ähm, naja, gegen den kämpfen. Ah ja. Kann ich nicht hier ein Blut dimpen? Nee. Kann ich nicht. Zu fällen. Hm, Kampfrausch. Ja, würde ich auch noch gerne können, aber habe ich, äh, leider, glaube ich, keine Ladung mehr für mich. Au. Ähm. Ähm. Na, der kommt nach oben. hallo! ob das so toll ist für dich? ich weiß ja nicht fehlschlag fehlschlag das ist doch nicht so geil fehlschlag das schützende band ist weg! das heißt der typ ist schon wieder gestorben das ist schon wieder gestorben So, das geht doch dann schon wieder besser aus hier. Kannst du ihn finishen? Kannst du nicht. Vielleicht hier mit so einem Schwung? Ein Lebenspunkt hat er noch. Ja, ja. Was ist das denn? Das ist eine Aktion. 9 Meter Reichweite. So. Mh, mehr kann ich nicht machen? Puh, da ist er hin. Und... Der auch. So, langsam lichten sich hier die rein. Einer ist noch da. Das war's. Puh. So. Kopflose Rorde. Ach, er kommt so kopflos war das jetzt alles gar nicht hier. Was haben wir denn hier? Der Glaubensbrecher. Ich glaub, das sollte mal hier... So. Der ist... Kein Zweihandhammer, sondern ein Handhammer, hm? Vielseitig beidhändig kämpfen. Geht aber auch. Macht aber weniger Schaden als mein Zweihandhammer. Ja, ja, ja. Hat aber... Ein paar... Sachen hier. Absolute Macht. Kann noch eine Welle göttlicher Energie. Verstärkt deinen Schlag. Stößt das Ziel 5 Meter zurück. Das ist natürlich auch cool. Wie oft geht denn das? Einmal pro kurze Rast. Rückenbrecher kann ich mit dem anderen auch. Schwächender Schlag. Hm. Ich nehm's mal alles mit hier, ne? Leichter Armbrust. Gold Person. Gut, dass er es nicht zaubern konnte mehr. Ein toter Gedankenschinder. Ist hier auch einer gestorben. Wir Toten sprechen Schriftrolle. Oh. Wo? Was? Wie? Ah, da hinten ist noch einer. Ah, yeah, 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 yeah. Wir haben uns um das Problem auch gekümmert. So, ich wollte hier die Schriftrolle klauen. Dann kann ich hier hinten andächtigen Kree auch noch looten. So, dann hier in die Schatzkammer. Und hier sind in den Fässern, was denn hier noch alles drin ist eigentlich. Kartoffeln. So, Schatzkammer. So, Schatzkammer. Was kann das denn? Es kann heilen. Hm. Er schläft hier doch möglicherweise ein. Ja. Das ist dann ja wiederum nicht so geil. Handschuhe. Das ist eine tapferkeit. Der Träger ist im Nahkampfangriffswürfel im Vorteil. Cool. Wenn er zwar da mehr Gegner hat. Weiß nicht. Schnelle Schritte. Wenn der Träger einen Kampf spurtet oder ähnliche Aktionen ausführt, erhält er drei Züge lang Wucht. Was war nochmal Wuchtbar? Bewegungsrate ist höher. Okay. Leere Kisten. Ja. Hat sich ja gelohnt, ne? Würde ich sagen. Haben wir den schon gelootet hier? Ja, der hat so'n, 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 so'n Ding mit, ne? So'n, so'n, so'ne Armbrust. Den haben wir noch nicht gelootet hier. So. Hier ist nun eine Kiste. Mal wieder runter. Und dann sprechen wir mal mit dem toten Gedankenschön, da was er hier so will. Oder was er hier soll. Die Grippe. So. Ah, der ist noch nicht so weit. I'm on my way. As the corpse rises, your parasite squirms in recognition. Ah, my tadpole. It's just like on the ship. There's no doubt, this creature is responsible for your parasite. And it's waiting for your questions. Ja, wer ist denn, was wollen wir denn fragen? Wer ist absolut? Fratured images fill your mind. Curved drow blades, crude goblin torches. Noltys dripping blood. You see other mind flayers arranged in a serene circle. Absolute unity. Absolute power. You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The darkness spreads through the earth. The sky splits open and nautiloids pour out of a void that consumes the stars. Super antworten. Kann ich nix mit anfangen. Ähm, warum wurde ich entführt? Dark, empty pods flickern across your vision. They demand new flesh. Also was Zufall. Hm. You see the tadpole in the mindflayers hand? Not a parasite. Perfection. Rebirth is sloughing flesh. A new skull housing called, sharp intellect. You watch through the creature's eyes as it curses the starborn slaves. They want the ones from the ship. Darkness and sun barely contained. The mindflayers corpse twitches, then collapses again. It will speak no more. Defender of the people. Defender of the people. Checking things out. What's this now? What's this now? All's well that ends. Not as bad as it could have. All's well that ends. Moving in. Blood follows me everywhere. Yeah. We need time to dally. I'll take this way. I'll grab that. I'll take this way. More of the rummage. Defender of the people. The corpse seems willing to speak, but not to its killer. I'm still alive, so that's progress. One day I'll catch a break. One day I'll catch a break. I'll catch to put my hands on everything. Don't mind if I do. I'll catch a break. It seems the rules have not changed in your absence. You're still trespassing. Let's move. Nothing important is ever easy. I've got to focus. On I go. On the victor's path. Nothing will stand in my way. What's that? This is my time. And these things have stayed interesting. There is work to do. Can't give up now. It's hiding here. here. Let's go. Wie schön ist das? 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 Wie schön ist das?